Gibt es hier eigentlich auch eine Tür ganz hier oben? War da eine? Da war eine. Ich glaube, hier müssen wir hin. Also nicht vielleicht so, dass wir Boom machen, aber ich glaube tendenziell schon, dass wir da hin müssen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Mitteln hat die Texturen von Errol. Ja, wir wollen mal schauen, wie wir jetzt diesen Tempel abgeschlossen bekommen. Ich habe mich jetzt nicht informiert, aber ich merke gerade, dass es auf meinem Headset relativ laut ist. Ne, ich habe aber auch ein Safecam hier. Das heißt, im Zweifelsfall können wir hier nochmal hier einsteigen. Über Safecam. Falls wir es jetzt wirklich nicht finden sollten, aber wir haben ja noch den ganzen Tag übrig. Wir sind ja noch im Zweiten. Deswegen bin ich guter Dinge. Ja, also... Ich bin guter Dinge. Deswegen... Ja. Leider keine Fee. Und kein Mana. Hier ist Mana. Oh. Wisst ihr, was ich auch noch nicht gemacht habe? Auge der Wahrheit. Bruder, mach kein Auge. Ich habe noch nicht Auge der Wahrheit genutzt. Uah. Der ist ja schon da. Boom. Oh, von hinten. Wisst ihr was? Bombenstimmung. Nur ein roter Rubin. Okay. Also ihr könnt demnächst erst auch mal ein Auge machen. Aber ich glaube, das war, glaube ich, ein Gegenstand, der hier nicht so verwendet wurde. Okay. Also den Raum hier finde ich ein bisschen nervig. Also... Ich meine, ich habe zum Glück schon die Dinger da genutzt, aber... Meiner Meinung nach hätten die sich das auch schenken können, dass man hier, ähm, auch noch Viecher hat, die einen ablenken. De, 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 de... Wisst ihr was? Musik brauchen wir ja gerade nicht. Warum dann nicht einfach ein bisschen abspeeden hier? Aber fürs Leiternklettern bringt das leider nichts. De, 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 de... Hier war ja nur der Olle, der Olle. Typi war hier ja nur... Okay. Bringt nichts. Aber wartet mal. Ich glaube, man kann ja in den Raum hier nochmal rein. Und verkehrt herum. Erhalt, Moment. Ja, okay. Und ich glaube, diesen Raum hier brauche ich nicht mehr hinverkehrt herum, theoretisch. Weil ich ja den Trick genommen habe mit der Bombe. Die nehme ich dir. Weg mit dir. Ja, aber theoretisch gibt es diesen Raum hier umgekehrt. Das ist schon mal eine wichtige Info. Würde ich sagen. Und hier ist auch eine Deku-Blume an der Decke. Also wir müssen uns jetzt einfach mal ganz gut umschauen. Es kann ja nicht allzu weit weg sein. Ja? Es kann ja nicht allzu weit weg sein. Da ist auch eine Deku-Blume an der Decke. Und ich glaube, wir waren in diesem Raum hier schon mal. Aber hier gibt es keinen Weg in umgekehrt zurück, oder? Nee? Der müsste wahrscheinlich dann, wenn dann, auch auf der anderen Seite von uns sein. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay. Hat uns jetzt sehr viel gebracht. Weg mit dir. Okay, das wollte ich jetzt so nicht machen. Jede Wette, das Vieh nervt mich. Ist wieder kaputt hier. Weg mit dir blödem Vieh. Äh, die habe ich schon... Die lächelt schon, oder? Ja. Die war aber auf dem Kopf. Wir müssen aber, glaube ich, eher hier hinten hin. Da drüben war ja zumindest nichts mehr. Die haben wir schon geöffnet. Okay. Einfach mal durchspeeden. Alles kein Thema. Och nö. Okay, Leute. Wir brauchen unsere Musik wieder. Sehr schade. Da gibt's auch, glaube ich, was das angeht, so eine kleine Mod für, ähm... Für eine, äh... Versio... Also eine kleine Kaste, äh... Angepasste... Angepasste ROM. Für die 3DS-O2-Version war's, glaube ich. Wo das aus Digi-Pod, auf die, aus Kreuz gelegt wurde. Dass man hier nicht ständig, äh... Die, die, die Verwandlungsmasken umrüsten muss. Ach, was mach ich denn? Das war's Falsche. So. Wem, bä, dam, 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 dam. Ich glaube, wir haben irgendwas beim Auf-m-Kopf-Gedreht verübersehen. Ist nur die Frage, bei welchem Auf-m-Kopf-Gedreht. Hey, ich hab doch... So. Wir brauchen noch den Zora. So. Da, dam, di, dam, dam. So, dann haben wir noch mal den Zora stehen. Äh, ja. Die, 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 die. Einmal Lieferdienst, bitte. Ja, ich weiß, dass aufgegangen ist. Danke. So. Dam, di, dam, 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 dam. Aber bevor ich da durchgehe, jetzt... ...werde ich mal kurz den Raum wechseln. Und zurück wechseln. Damit ich im Falle eines Falles... Ich werde jetzt mal probieren, was ist, wenn ich hier... Oh, Moment. ...wenn ich hier einfach runterjump, wollte ich sagen. Und ich mache jetzt auch. Okay, dann komme ich hierhin. ...wenn, Moment. Okay, aber wir waren hier schon. Wir haben das schon abgecheckt. Wir waren hier definitiv schon. Auch auf dem Kopf. Okay. Gut. Das heißt, ähm... ...dass wir das hier eigentlich auch schon abgecheckt haben. Das ist... Wir müssen was auf dem Kopf übersehen haben, eigentlich. Wobei, wartet mal, nein. Ich kann ja nochmal hier durchgehen. Hier habe ich ja nicht weitergemacht. Hier habe ich ja nicht weitergemacht. Weil, äh, sonst... Also da kann nochmal was sein. Die Frage ist, wie komme ich da oben hin? Das ist was zum... Wenn es auf dem Kopf steht, oder? Ja. Da steht es dann auf dem Kopf, wenn ich da hin will. Okay. De, 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 de. Da steht es auf dem Kopf und da steht es auf dem Kopf. Äh, äh, ha. Alles klar. Hey, Händchen. Helfendes Händchen. Quapp mich mal. Danke. Okay. Okay. Ah, okay. Ich weiß, welcher Raum das hier auf dem Kopf ist. Da waren wir auch schon. Dam, ba, dam, 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 dam. Achso, ja, geht es hier aber nicht weiter. Oben zumindest nicht. Weg mit dem Händchen. Warte mal. Was, das war ein Schalter, oder? Ja, das war ein Schalter. Hier haben wir schon alles gemacht. Okay. Okay. Gewehr ist bitte einmal hoch. Kaum will man es nicht machen, kriegt man es perfekt hin. Ja, ich glaube, wir sind jetzt nämlich auf der anderen Seite vom Staat. Deswegen. Da, 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 bäm. Ja, das sind wir. Okay, hier haben wir schon gemacht. Ach, das sind die Löcher von unten. Wir erinnern uns. Da kommt dann, wenn es gedreht ist, die Luft durch. Ja? Wir erinnern uns. Jetzt sind wir wieder im Startraum. Richtig? Richtig. Da, 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 da. Jetzt müssen wir nur leider nochmal drehen. Weil wir haben was übersehen. Und das gefällt mir nicht. Das mag mir überhaupt nicht gefallen. Warte, ich bin schon wieder runter, oder? Nee. Dab, dab, dab. Ich habe mir inzwischen gemerkt, wer ich nicht nehmen muss. Wenn ich rauslaufe auf der rechten Seite. Ja? Ihr wisst ja, das ist da, wo der Daumen links ist. Dab, 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 bam, bam. Fühle ich wirklich ein bisschen schade, dass die das so platziert haben. Das hätte ruhig auch so sein können, dass mal direkt drankommt. Aber wahrscheinlich sollte das halt noch ein kleines Zusatzrätsel sein. Wo ist denn das Ding? Na, wisst ihr was? Äh, halt. Dann müssen wir uns nicht ständig ziehen. So. Alles chill. Und hier ging es ja nur in eine Richtung. Das haben wir uns ja gemerkt. Links ging ja nichts. Da kommen wir ja nicht hin. Da hochziehen können wir uns auch nicht. Also nicht so, dass es uns was bringen würde, glaube ich. Wir können es ja mal ausprobieren. In diese Richtung gibt es kein Wasser. Und hier hin dran ziehen würde mir nichts bringen. Ich kann das zwar machen, aber landen dann hier. Genau. Taps, tip, 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 taps, tap. Buh! Äh. Das wollte ich nicht. Wir ziehen das mal ab. Das ist viel zu gefährlich. Man ist viel zu schnell. Tip, 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 tip. Ich glaube, das ist aber auch ein kleiner Hinweis tatsächlich. Dadurch, dass wir den Tempel, also dass wir den, diese Plattform, um zum Endboss zu kommen, auf dem Kopf haben, ist glaube ich so ein kleiner Hinweis von wegen, ey, der Boss, äh, der Bossraum, der ist auf dem Kopf gedreht. Also du musst hier dann quasi, äh, in dieser Drehung hier sein, wenn du den Bossraum betreten willst. Ich glaube, das soll uns das Ganze sagen. Kleiner, dezenter Hinweis von den Entwicklern. Ist ja auch nett. Ich würde mich gerne drehen. Danke, so. Zack. Sind wir drin. Das war nämlich das mit der Blume. Hier ist die verschlossene Truhe. Äh, nicht mit der Blume, mit der Hand. Aber wir müssten hier von weiter unten hinkommen. Hä? Bin ich denn jetzt vollkommen gaga? Autsch, Mann. Nicht nett. Äh, ja. Gibt's hier eigentlich, äh, auch eine Tür ganz hier oben? War da eine? Da war eine. Ich glaube, hier müssen wir hin. Also nicht vielleicht so, dass wir Boom machen, aber ich glaube tendenziell schon, dass wir da hin müssen. Toll. Jetzt treffe ich genau den anderen, oder wie? Nö. Okay. Ich glaube, hier haben wir irgendwo einen Fehler. Ich glaube, hier haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Ähm, wir müssen das jetzt drehen, richtig? Und wir kommen hier ja gedreht nicht zurück. Das haben wir ja gelernt. Das heißt, wir holen uns jetzt den Kronen. Ganz logisch gesehen. Um hier rüber zu kommen. Und wieder zu entwandeln. Und zu sagen, ich bin da drauf. So. So die Theorie. Hier ist nichts unten, oder? Nö. Ich frage mich nur, warum es hier zwei Türen zurück gibt. Wenn es mir nichts bringt. Während es hier nur eine Tür gibt. Und hier gibt es auch nur eine Tür. Aber ja. Ach, der steht schon. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich praktisch. Dann muss ich ja nur einmal drehen und wieder zurückdrehen. Immerhin, das hat sich das Spiel gemerkt. Das finde ich ja sehr nett. Zack. Und. Danke sehr. Wupp. Das war dieser Raum. Und jetzt riskiere ich mal was. Mehr als ein bisschen Herzen ziehen kann es nicht. Okay. Es hat mir sogar gar kein Herz gezogen. Das ist interessant. Ähm. Ah, vielleicht war vorher der letzte Zauberer-Spot hier oben drin. Als hier noch der Zauberer war. Wir erinnern uns. Okay, das ist auf jeden Fall ein Tritt. So. Ich war gar nicht mal drin, aber danke. Es ist interessant, dass das nicht an jeder Stelle hier ist. Ähm. Das war nämlich der Raum mit den Amos-Rittern, äh, umgedreht. Gut, glaube ich. Ja. Deswegen auch diese eine Truhe da oben drin. Ich sollte mir den Enterhaken holen. Bereit zum Enterhaken. Und hoffen, dass ich jetzt nicht getroffen werde, während ich das Ziel. Als ob. Das ist doch vollkommen die Truhe. Was hab ich da wirklich. Das wusste ich auch noch nicht. Die muss man mitnehmen. Dringend. Die, 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 die. Du hast eine Fee gefangen und zusätzlich noch eine Bombe über dir. Gut. Wir packen wieder den Koron ein. Warum nicht? Gut, Deku wäre vielleicht sinnvoll gewesen, aber Hauptsache ich vermeide erstmal, dass ich versehentlich hier das Ding wieder einsetze. Das ist doch ein guter langer Haken schuss. Ein guter langer Hakenschuss. Das gefällt mir. Da oben komme ich nicht rein. Zufällig. Wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Das ist auch das, wie ich in Umgekehrt reinkomme. So, und jetzt sind wir hier. Und ich glaube, hier haben wir was übersehen. Äh, kann ich die eigentlich? Nö. Okay, ähm. Ähm, 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 ähm. Ich strebe, die, 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 die. Okay. Die, 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 die. Machen wir folgendes. Links ist nichts und rechts ist auch nichts. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ignorieren die. Und gehen hier rüber. Ignorieren auch mal die hier. Schön. Ich glaube, hier ging es nicht weiter. Was bringt dieser Schalter? Ich glaube zwar, dass wir das schon mal gemacht haben. Haben wir scheinbar auch. Es kam zumindest nichts. Ah, okay. Da kam die Kiste da hinten. Okay. Dann kann es uns egal sein. Ja, dann kann es uns wirklich egal sein. Ja. Dann gehen wir lieber hier durch. Hier könnte es jetzt sein, dass wir irgendwas übersehen... Ja. Irgendwas übersehen haben. Etwas total offensichtliches eigentlich. Diese Tür hier bin ich noch nicht durchgegangen. Ja, da schauen wir an, Leute. Komm, macht man es richtig, schon geht es auch. Ach, das sind nur die normalen Lichtpfeile. Ja, kein Wunder. Das wollte ich nicht. Hat es sich jetzt kaputt gemacht? Er hat sich kaputt gemacht. Jetzt kann ich mich hier draufstellen. Schön. Und jetzt fügt sich alles, Leute. Jetzt fügt sich alles. Schön. Sieh doch, diese Truhe kannst du sicher als Halt für deinen Fanghaken nutzen. Also, kann als Halt für deinen Fanghaken dienen. Ja. Kann sie. Und umgekehrt, was wir jederzeit easy machen können, wird da dann die letzte Fee drin sein. Das können wir ja auch nach dem Boss machen. Ach, Leute, das ist schon mal schön. Ich mach da mal ein Savegame draus. Das sind immer so diese Kleinigkeiten, die man übersieht. Aber bin ich froh, dass wir es jetzt haben. Moment. System. Speichern. So. Gut. Und dann machen wir auch schon weiter. Aber. Wobei, was heißt, wir machen schon weiter. Ich seh grad, wir haben 25 Minuten 55. Also, ich mach jetzt im Anschluss weiter. Für euch ist hier Folgen Ende. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wir werden uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt. Let's play Majors Mask mit HD Texturen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.